Was ist das geil gewesen über die Autobahn? Ja. Mann, ist das geil ausgesehen. Ich dachte zuerst, es sei irgendwie ein fänggesteuertes Flugzeug. Dann habe ich gesehen, dass es ein F18 ist. Dann kam über drei, geil, über die Autobahn. So ist er gekommen, so über die Autobahn. Ich bin beim Zoom-Modus gesehen. Gesundheit. Ich bin beim Zoom-Modus gesehen. Ich bin beim Zoom-Modus gesehen. So ins Küchen kam. Zu gerne, der Zweite warst du? Ja, ja.